hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal dem s zocker hallo ich will heute ein paar angriffe machen genau auf nico zum beispiel jetzt hier will ich ein bisschen krimo für sich für euch halt ein paar angriffe zeigen das passt so gehen wir sofort rein und scheiße ich war noch nie angegriffen ein bisschen leiser genommen ich wollte jetzt einmal an die chor angreifen um denn gleich über ein anderes thema hier reden zu können so wir haben gleich noch was witziges anderes vor nein noch mal für das rathaus ja das feld sauber ich frage was denn alles weg zwei sterne schon mal so viel ja war her cw spezial ist abgesagt so raus gestrichen dann habe ich keine weiteren themen für dieses video doch also ich bin gerade am derbe vor produktion deswegen ich drehe dieses video donnerstags Donnerstag jetzt gerade im Moment ich werde dann auch noch ein paar mehr videos produzieren weil ich habe noch ein special vorbereitet wie gesagt wir werden trotzdem gleich gebrauchen zählisch um wie gesagt also schon gleich auf dem cw und ich produziere das vor ich habe noch eines special folge für gleich ich werde jetzt auch drehen ich werde jetzt auch drehen ich werde jetzt auch drehen eher gesagt eine challenge es ist eine challenge also dafür hätte ich Respekt wir machen sogar eine bestrafung wenn ich diese challenge nicht schaffe dann kriege ich eine bestrafung und dafür rufe ich mein kussing an und frage ich jetzt werde euch dann kurz den chat verlauf zeigen denke ich mal also irgendwie den kennt ihr weil aus diesem grund wird auch hauptsächlich dieses video getreten schade ich also mein kussing ist gerade auch youtuber und mir hat auch ein youtuber geholfen dass ich jetzt schon die 20 aufrufe auf ein video schafft und er nennt sich alxolp a lxolp a lxolp so heißt er er hat da ARC videos schon gemacht star wars battlefront videos und ihr könntet mal bei dem vorbeischauen das wollte ich so sagen weil der hat mir auch geholfen diese aufrufe zahl zu holen so kann ich gleich mal angreifen danke er hat mir geholfen dass ich überhaupt diese große zahl schaffe und deswegen sorry deswegen will ich mich dafür bedanken bei ihm in dem wo ich ihn jetzt sozusagen ein bisschen hoch pushe danke für alles und ja ohne michael sing und auch so lp weil michael singe ist nur ein teil dieses kanals auch verkackt sooo dann gehts hier mal richtig los ja bitte nicht schon wieder in den sprung falle oh das ist gut alles rein laufen lassen zack sprung heel rage äh meinte ich heel sprung rage heel ja yay hab ich grad eben meine queen gezündet ja mh sorry das weiß ich grad ja auch nicht scheiße ja aber wie gesagt das video da rede ich heute über sachen und grad ein bisschen dessen an das soll das vielleicht lol habt ihr das grad gesehen ach du es schießt und jetzt verfolgt es das bis dahinten hin oh queens hinten ich sag so ein freestyle wird es nicht mh 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 m kann so das wird es dann bestimmt das dann für meine Queen hier auch geplatzt richtig göttlich so das war jetzt mal okay ich muss einmal grafen an die Quails noch einmal an und dann beende ich die Folge auch schon danach also ich mache einen von hier oben an immer von der anderen Seite 1,3 also wenn ihr es wollt dass ich euch mal einen Queen Walk beibringt bei mir wurde auch beigebracht und mittlerweile kann ich ihn richtig gut finde ich dann muss einer mir das in die Kommis schreiben dann mache ich mal ein Video wie man einen Queen Walk macht und wenn nicht dann gucke ich dass noch unser Anführer online ist und der beherrscht richtig Queen Walk und warte ich muss kurz klein Pause so da bin ich wieder ich musste kurz den Angriff äh machen weil ich gestorrt wurde so das heißt so dass ich nach diesem Angriff die Folge beende oder jetzt eher gesagt in dem Angriff und ich würde sagen das war's haut rein schaut mal bei also Alpen auch ja ciao jetzt kommt noch mein Outro und ich bin raus da bin ich 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 bin raus ich da bin bin raus und ich